Willkommen zu diesem Video, heute geht es um die besten Baby-Reisebetten. Vorstellen möchten wir euch heute drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen. So sollte das passende Reisebett für euer Baby dabei sein. Das Besondere ist bei diesem Video, dass wir euch auch drei unterschiedliche Arten von Reisebetten vorstellen werden. Viel Spaß nun also beim Zuschauen. Für weitere Infos zu den Modellen könnt ihr nach dem Video auch gerne mal in der Videobeschreibung nachschauen. Dort unten werden wir euch alle drei Betten auch verlinken. Lasst uns nun aber mit dem ersten und auch günstigsten Modell starten, dem Lionello Theo. Das Lionello Modell ist ein ganz spezielles Reisebett, welches mit einem Verstell- und justierbarem Gestell kommt. So ist dieses Modell nicht nur wunderbar als Reisebett geeignet, sondern kann auch als Beistellbett direkt neben dem Elternbett im Schlafzimmer aufgestellt werden. Es besitzt eine fünfstufige Höheneinstellung, wodurch es an jedes Bett angepasst werden kann. Zusätzlich ist hier auch die Einstellung der Neigung sowie der Rollen möglich. Das Bett kommt mit einer weichen und bequemen Matratze mit den Abmessungen 50 x 87 cm. Der Bezug ist waschbar und sorgt für einen ruhigen und angenehmen Schlaf des Kindes. Auch ist hier noch genügend Platz für Spielzeug. Egal also, ob als Neugeborenenbett oder Reisebett, das Lionello Theo ist für beide Einsätze gut geeignet. Für eine angenehme Reise ist das Bett sehr leicht zusammenklapp und durch die Reisetasche gut transportierbar. Es überzeugt durch ein sehr geringes Gewicht von lediglich 9 kg und weitere Funktionen des Modells sind die transparenten Seitenwände, die Außentaschen zum Verstauen von Spielzeug oder beispielsweise Fläschchen sowie auch durch die Möglichkeit, eine der Seitenwände des Bettes aufzuklappen und so noch leichter an sein Kind heranzukommen bzw. es einfach wunderbar als Beistellbett zu benutzen. Das Lionello Theo ist nicht nur das günstigste Reisebett im Vergleich, sondern auch das mit den meisten Funktionen. Ein wirklich starkes Modell, so sehen das auch die allermeisten Kunden. Es hat eine Durchschnittsbewertung von 4,6 von 5 Sternen erhalten. Mehr Infos zum Modell erfahrt ihr nun noch über den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Modell bei Interesse auch bestellen. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn zwei weitere Reisebetten möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes das Stardust von Bugaboo. Dieses extrem leichte und faltbare Reisebett ist für Babys und Kinder bis zwei Jahre geeignet. Das Modell wiegt nur 8,2 Kilogramm, besitzt also eine leichte, aber trotzdem stabile Konstruktion. Die Abmessungen betragen 98 Zentimeter in der Länge und 64 Zentimeter in der Breite sowie 85 Zentimeter in der Höhe. Zusammengeklappt ist das Modell dann nur noch 14 Zentimeter breit und kann sehr einfach verstaut werden. Durch die praktische Reisetasche ist dieses Reisebett auch super einfach für unterwegs zu transportieren. Das Bett besitzt eine eingebaute Matratze, außerdem ist diese in zwei Höhen verstellbar, womit man entscheiden kann, ob das Baby ganz unten oder etwas erhöht liegen soll. Auch ist hier noch separat eine Babyschale vom Hersteller erhältlich, welche ganz einfach per Reißverschluss oben am Bett befestigt wird, sodass man sich zum Erreichen seines Babys nicht bücken muss. Im Vordergrund beim Bugaboo Stardust liegt vor allem auch die hohe Qualität. Verwendet wurden hier nur hochwertige und sehr angenehme Textilien. So ist das Reisebett sehr hochwertig und langlebig und das Baby hat stets einen angenehmen Schlaf. Mehr Infos zu diesem praktischen Reisebett vom Bugaboo über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere zum Modell erfahren und es bei Interesse auch bestellen. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch das Reisebett Light von Baby Björn vorstellen. Dieses hochwertige Reisebett überzeugt durch einen ähnlichen, doch etwas anderen Aufbau. Es verläuft trapezförmig, wodurch das Kind unten noch mehr Liegefläche hat. Und vor allem kommt das Modell mit einem sehr luftigem Design. Die Seitenwände des Baby Björn Reisebettes sind aus Mesh, einem luftigen und weichem Netzgewebe gefertigt, womit das Kind im Inneren immer genug Luft bekommt, wodurch das Modell aber auch sehr, sehr leicht ist. Es wiegt lediglich etwas mehr als 6 Kilogramm und kann in Kombination mit der Faltfunktion dadurch auch super einfach transportiert werden. Es kann auf ein sehr kompaktes Transportmaß gefaltet werden und wird dann in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche verstaut. Diese simple, aber trotzdem sehr hochwertige Konstruktion ermöglicht eine super einfache Benutzung des Baby Björn Reisebettes. Trotz des simplen Aufbaus und des geringen Gewichts überzeugt das Modell durch eine hohe Qualität und Bequemlichkeit. Es besitzt die dickste und bequemste Matratze von allen Reisebetten im Vergleich. Diese ermöglicht einen besonders angenehmen Schlaf für das Kind und kann für den Transport natürlich auch einfach zusammengeklappt werden. Das Reisebett Light von Baby Björn lässt sich sowohl zu Hause oder unterwegs ganz einfach hin- und umstellen und kann problemlos transportiert werden. Dadurch ist es unserer Meinung nach das praktischste Reisebett im Vergleich und durch die hohe Matratze auch zudem noch das bequemste für das Baby. Kein Wunder, dass die Kunden es mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen bewertet haben. Wenn ihr nun mehr zum Modell erfahren wollt, könnt ihr euch über den dritten Link in der Videobeschreibung selbst ein Bild zum Bett machen. Ansonsten sind wie gesagt auch die anderen beiden Modelle in der Videobeschreibung verlinkt. Unter diesem Video könnt ihr dort mehr zu allen drei Betten erfahren. Also viel Spaß bei der weiteren Recherche. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.